Aber warten am Frühstück war heute auch nicht drin, Babudi, ne? Da war ja schon ein Bäckerrächer. Hab ich ja auch gesagt, der hat eigentlich fast ein paar Kohle-Steine, ne? Also so... Mönchsau, ne? Das heißt ja genau. Aber nur auf solchen Tonnen. Hm, das weiß ich doch auch nicht. Oh bitte, das weiß ich nicht. Die Juke war schon fertig, da mussten wir schon anreißen, dann flog er aus eindurch an. Hab ich besagt? Ja. Wieso hieß? Ja. Wieso hieß denn einer, mitirse helft, er axe lot his second van kissen?